so meine damen und herren ich habe jetzt überlegt gab es mit den lieben lieben küchen problem mit den schaffen problem ist bloß ich habe keinen platz mehr ist das gedacht ich könnte hier trinken das verkaufen aber für 200 tausendel teuer das geld haben wir nicht sind alle relativ teuer das ist alles so bergmäßig hier am berg das 3 millionen 15 103 aber da passt das alles nicht hin 200.000 238 158 also irgendwie glaube ich widerspiele es bin keine scharfe anfangen dann müssen wir für 20 platt machen wir machen für 20 auf für 20 die tierchen das heißt also für uns wieder ein bisschen geld zurück beziehungsweise könnten ich weiß es nicht was man machen wir werden einfach was bringen uns hakschnitzel 200 pro 1000 ist nichts das ist wirklich nichts wenn wir nämlich hinten die bäume hier weg machen und teilweise neue pflanzen da brauchen wir auf forstmaschinen also alles nie so schlau belegt was ich vorher hatte wir bräuchten setzer in dem kann ich setzlingen setzen der kostet 28 und die paletten mit setzlingen da sind 20 stück drinnen kosten 1000 und ich glaube wir werden es einfach mal riskieren was soll uns schon wehtun was soll uns schon wehtun dann gucken wir nämlich das hier der kostet 1000 pro tag ich hoffe es ist eine kleine maschine für 86 stellen wir die uns auf den hof schmeißen noch das kleine zeug drauf das tut alles in den hängerchen laden wenn der hänger voll ist schaffen wir es weg so hier für 14.000 also oder hier sieht man zwar nicht so war wir werden es mal probieren wenn wir uns neu ausprobieren wenn es in richtung forstwirtschaft ausprobieren ich glaube das ist es genug wir haben zwei parts haben wir jetzt eigentlich nur überlegt was machen wir als nächstes und wir haben uns jetzt einigermaßen entschieden wir gehen auf die forst und nur so ein bisschen einigermaßen farbigen aber der ist höher lizard ist niedriger dann kaufen wir uns lizard dann holen wir uns schon mal unseren kompakt klar unseren waldraben wenn wir schon das geld haben steckermotor reifenvariante natürlich pflegebreifung kaufen ja dann muss ich mal kurz gucken dann der ist schon lange voll nice hier machen wir noch kurz eine helfe raus bevor wir uns den toten dämlich bezahlen ähm und dann kaufen wir noch ähm wenn wir uns ein kleines bisschen kredit noch wieder aufnehmen wir können uns nicht mehr leihen nein scheiß äh 20.000 wir müssten jetzt wie viel müssten wir uns jetzt auf die hand legen forst 64 aua das haus verkaufen dann müssen wir das haus verkaufen so schmerzhaft wie es ist aber wir brauchen Geld machen ähm dann würde ich sagen was ist das für diesen baut wenn ich da ganz gut gefallen hat gibt einen daumen rum wenn ich einen daumen rum schreib mir kommt darauf wenn wir davon sehen wollen das auch nicht und scheiße wir haben uns verkauft Oh, das war's, hab ich Sapatice. Ciao, ciao.